Ich kann das nicht Nein, mein Schwanz ist seit Stunden schon steif Ich konnte das nicht, ich konnte, die sagt einfach, ja, und ich dann, nee, alter, neuer Buchstabe, ja, ich konnte das nicht A, T, 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 oh, da hab ich Tattel Dann hab ich, ich hab einmal, ich hab einmal den Punkttyp, den bockigen Typ, Shani Tehl, der Typ, Facebooktyp, Lisa TS, Max TS, Ties Nigger, Teraunis, Tim, Tim Heinrich, Toni, Tori, extrem, extrem hübsch, Tori oder Traummädchen Nee, ist langweilig Dann rufen wir jetzt Tori an Da sag ich das, alter Neuer Buchstabe F Elodrix Fan Fabi, Fabi, brah Facebooktyp, Forcry, 4-Dealer, Feenlummel, Flo, Flo, Florian, Fotze, Franzi, Fritz Okay, alter, Feenlummel, komm, mein Destiny, bro Das kannst du nicht bringen 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 Nein Pssst, pssst, pssst Scheiße Was ist das Scheiße? Neuer Buchstabe R R Michi, Rot, Rafa, Reel, Dana, Redface, Rick, Hertel, Robert, Ron, Ronny, Sascha, Rafa? Robert, 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 Rafa Ronny geht nicht ran, Robert auch nicht Die sind total nummisch, pufte das mal ganz kurz in der Aufnahme Alle leise Hallo Ich fahre mein Bildes hoch wie ein Teleskop Steven, Alter, war so klar Was ist denn los? Nichts Was ist denn los mit dir? Erzähl mal Ich hab gerade nie mit Spiegel gespielt, war erster Ja, ja Aber du lügst nicht an, dass es bei Lidl keine Kekse-Rabat-Kacke gibt, ne? Kekse? Ja Ey Steven Ja Äh Sag, bist du denn aus? Was? Wie geht's dir? Bist jemand bei dir? Ich hab Angst Nein Jaja, hab schon so eine Sprache, hab ich gehört Toastbrot Na gut, Rafa, du bist in der Aufnahme, ey, haust du neu Tschüss Tschüss Ciao Oh, ciao Steven, jetzt ruf bitte mal ein Mädchen an Ein Mädchen Ich ruf meine Schwester an Nein, nein, das kannst du nicht Nein, das kannst du nicht Ruf Pauline an Nein, Mann, die ist offline Ich ruf meine Schwester jetzt an Ich ruf mein Penis hoch wie ein Tierfrau Wie alt ist deine Schwester? Wie alt? 15 Penis, darf ich einfach so sagen Penis? Nein Ja, die Penis Ich hör's doch drüben im Nebenzimmer klingeln Ich hör's doch drüben im Nebenzimmer klingeln Da geh doch ran Ist er nicht höher? Mein Schwanz ist seit Stunden schon steif Drei Mein Schwanz ist seit Stunden schon steif Hallo Hallo Ja Vergiss niemals Ich fahr mein Penis hoch wie ein Teleskop Maxi Hier ist dein Bruder Ja, ich weiß Was? Na, denkst du, ich erkenne deine Stimme nicht? Bist du mich verarschen? Hä, sagst du, auch wenn das hier total hängt, ich versteh dich doch Als ob man deine Stimme nicht raus, oder? Pass auf, ich zeig dir morgen mal einen Trick, wie ich meinen Penis hochfahre wie ein Teleskop Okay, kommst du morgen raus? Ja 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 Aber erst um vier Ja, aber ich mach um drei was mit Pauline Aha Da zeig ich morgen mein Teleskop, ja Dann kommst du, kommst du danach nochmal raus? Ja, klar Okay, dann treffen wir uns Okay, mach dich, dann sag jetzt noch tschüss an Youtube und dann, hey Ja, na, ich muss jetzt mal auflegen, hey Ja, tschüss Können wir schreiben Ja, können wir machen, aber ich mach erst mal ein Video für Youtube, hey, sag tschüss Okay Tschüss Tschüss Noch ein Mädchen, komm Noch ein Mädchen, okay Ey, ey, sagst du nur, ich stehe vor deinem Fenster und warte bis hier Ich rufe, ich rufe jetzt, ich rufe jetzt eine Türkin an Scheiße Dann sag, dann sag tön auf Fleisch Tön auf Fleisch Tön auf Fleisch Tön auf Fleisch Das kann ich Steven nicht bringen Tön auf Fleisch Steven 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 traust du das, ähm, traust du deine Mutter anzusehen? Ne, die ist noch auf Arbeit gibt es mir sonst noch so meine oma polizei hier hat er bei gute frage punkt net was geschrieben hat die nummer habe ich noch das ist ein satan ist ich frage es mal so wieviel seelen er schon gefangen hat nein gut ich würde sagen das war es erstmal für die ersten port